so leute einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen video von mir ja leute wir sind aktuell gehen wir gerade wieder auf mein überlebensserver und ist es geht viel oder passiert viel wir haben jetzt eine kleine bau session kleine baufolge ich weiß zwar nicht wie ich das alles anstellen soll aber wir versuchen erstmal wie wir das haben bekommen wo drum geht die dir gleich gesagt jetzt hier sind wir ich weiß gar nicht ob ihr euch daran erinnern könnt hier hinten ist dieses kleine gebiet was mal voll war mit mit sand wo wir er darum gemacht haben ich habe den rest jetzt gemacht mit erde hier vorne und dem weg hier reingezogen hier haben wir ein kleines loch gemacht und hier müssen wir den weg noch längst führen weil hier ja meine tiere hier oben damit dem plan kriegt sind wir bei den villager drin und da ist das ganze gebiet es geht echt voran überall hier wolle den ganzen blödsinn also ich bin ja nur anbauen also es wird für euch noch spannend weil unten beim worden waren wir ja auch schon habt ihr mitbekommen da werden wir auch noch mal hingehen weil wir die ganze höhle umbauen wollen also mein ziel ist die ganze höhle umzubauen gucken wir das alles umsetzen kann aber erstmal bin ich hier überlegen leute ich möchte hier also hier oben hier soll so eine ich sag mal eine kleine scheune hin mit ein bisschen platz für die tiere vielleicht bauen wir den weg auch noch um dass der weg nicht hier sondern von hier rauskommt und hier an der seite längs geht und hier an mundet aber ich glaube nicht weil hier kann ich hier ein feld machen da die scheune und denn hier unten habe ich mir gedacht bauen wir eine windmühle hin auf dieses ganze gebiet hier unten also ganze gebäude wird bestimmt das hier alles einnehmen da muss ich selber mal gucken windmühle habe ich selber noch nicht gebaut wenn nur in kreativ und ja hier in total wie gehabt mal eine probiert aber selber noch eine entworfen ich kann mir total angucken kannst vielleicht ein bisschen nachbauen oder so mal gucken wir das anstellen müssen wir selber mal gucken jetzt hatte ich mir erst mal gedacht hier die ganzen kleinen dinger zu nehmen wir slackten das jetzt so wieder hier mein güte die ganze rotze hier meine schalker kisten noch müssen wir auch noch die schaufel kann erstmal dahin die muss ich mir verzauern die ist wertvoll meine nörder weit schaufel darf ich nicht verlieren jetzt mich überlegen wie stelle ich das an mache ich das hier an der seite ja eigentlich können wir das ab hier machen ab hier unten immer hoch und versetzt mal irgendwas dazwischen oder so ich habe keine ahnung irgendwie so mit steinmauer ich weiß bloß nicht wie leute ich habe keinen plan hier in zauern hin hier kann man zauern aber wir können erstmal hier mit ich versuche mal einfach eng was was gut aussieht vielleicht nachdem können wir erstmal wieder abbauen hier der kann hierhin gepflanzt werden hier ein paar zäune aber so hat das irgendwie so eine kleine abgrenzung kann man ja alles machen irgendwie hier wieder eine immer so ein wo ich hier zwischen die oben drauf kann so einer macht ja nix dann machen wir erstmal wir machen mal vereinzelt hier 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 und hier möchte ich gerne wieder runter gehen da kann denn hier eine hin ja dann kann da was zwischen und hier dass sie dieses stück haben dann machen wir hier den hin den können wir hier hin machen können wir hier oben drauf ein zaun machen hier ein zaun dann kann der hier zwischen hier kann der da kann der so hoch gucken stück zaun drauf hier kommt ein zaun hin da kommt so einer hin hier kann einer rauf da hatten wir schon aber hier kann man einen drauf machen den können wir noch hier unten ran machen damit das nicht so na das war ja nur einer wollte ich mal weg mit den scheiß hier setzen wir den hin dann kann hier oben drauf einer rauf der kann da weg und da setzen wir so ein hin wo sieht scheiße aus machen wir andersrum ähm erstmal selber drauf klarkommen hier zack zack und der kann da vorgesetzt werden der kann da hin dann kann der da weg sie ist ein bisschen besser aus die rundung hier und der da drauf perfekt ja ja weil das hier vor den die erde sieht man ja nicht mehr da kommt ja ein beet vor das sieht man ja nicht mehr die kante soll schön hoch wachsen hier ist es auch das sieht aber okay aus aber hier können wir es mal um ändern dann gehen wir mal hier hin bauen wir die beiden wieder ab zack weg mit euch ja so hat es schon mehr was hier kann ruhig so eine treppenstufe noch hin da oben kann so ein zaun rauf da können wir nämlich fackeln oder so rauf stellen hier die leuchtmittel da kann auch einer rauf ja wir müssen mal von weiten weg gucken jetzt ohne beleuchtung ist ja klar ähm ich brauche einmal mein stück brot hier doch doch es hat was also mir gefällt es jeder hat einen anderen geschmack ist ja logisch und jetzt gehen wir hier unten noch einen rein juggeln juggeln aber da machen wir das hier hier können wir so und ab hier können wir die mauer hoch ranzen zack zack und zack dann machen wir das nämlich wieder anders zack hier so ein da so ein hier so einer hier so einer hier so einer hier noch so einer und der geht hier unten runter da vorne brauchen wir das nicht mehr ne zack dann kann hier so einer zwischen da kann einer hin da brauchen wir hier rein davon welche hier und den ein hoch den können wir auf halber strecke lassen den können wir ganz hoch machen den können wir auch wieder ganz hoch machen den machen wir auf halber der auf halb der auf hoch also ein höher so der kann nein hallo was ist das denn jetzt verbaut oder zu überall wo halb ist kann so ein zack habe viel mehr was schon besser jetzt noch die seite weil hier haben wir unsere kannte da will man müssen an gleichen hier gleich eigentlich brauchen wir dann nur einen dreier hier eigentlich aber wir lassen das glaube ich so wir gucken mal wir gucken wir gucken wir gucken da haben wir den dann machen wir hier ein der kann so bleiben den klatschen wir hoch die machen wir so und der unten kriegt den er kriegt den er kriegt den der kann weg ich kann ja gar nicht drauf bauen das war ja der halb den kann der weg der kann weg perfekt dann können wir hier oben drauf jubeln der ist halb aber wir können schlau sein warum ich hier noch ein bisschen deko eher gesagt sand und so machen wir wie ich noch ein bisschen schöner aber es geht denn hier unten die windmühle haben wir genug platz hier und das sieht schon wenn das fällt denn nachher noch da ist ne halleluja aber hier ist was also das stimmt irgendwie nicht so hier na ja doch mal den mal weg und den jetzt brauche ich aber erde mal was man den rein fände ich auf hier kann man auch einen reinklatschen fährt nicht auf genau verteilen wir davon noch ein paar da habe ich nicht so viele übrig davon perfekt das machen wir uns schon schön hier irgendwie hier war noch wo da kann man es zu lassen da machen wir später hier aber auch die feinheiten ja da haben wir die mauer erstmal darum will ich keine mauer ziehen da kommen einfach nur gestrippeln dann kannst du so oder so nicht mehr so gut durch hier auch nicht da kommen auch wieder nur bäume und so denn damit das alles ein bisschen ja verstaut ist und weg ist wird gut ausgeleuchteter dann kann der ganze blödsinn erstmal wieder hier rein dann muss ich mal gucken nach meinen dorit was wir uns gebunkert haben überall die reste zusammengesucht haben ähm ne dafür brauche ich aber erstmal den hier akazienholz haben wir genug dann brauche ich rote wolle wollte ich dazu nehmen aber können wir noch mal mehr wird so oder so nicht reichen muss bestimmt noch mehr farben gehen und dann wollte ich hier können wir mal gucken im abstand mal das hier auch hier jetzt haben wir mal einfach irgendwie so haben wir die breite das soll bis hier rangehen dann können wir das dach noch ein bisschen überstehen das ist eine kleine scheune nur es reicht ja einfach irgendwie verbauen dass da muss da rein kommt aber wir können endlich mal warte mal machen wir anders 2 3 4 4 hoch das reicht ich hoffe die wolle reicht einmal dafür um das auszufüllen das wäre echt haben wir so mittig sind ja oh mein gott obwohl wir können hier noch ein drüber das machen wir damit wir eine doppeltür haben weil wir haben eine größere tür nicht so eine einfache einfache ja leute ich würde sagen ich mache einen cut und wir sehen uns am ende wenn ich ja hiermit fertig bin mal gucken wie es dann aussieht bis nachher so leute da sind wir wieder wir haben jetzt zweieinhalb bis drei stunden an diesem gebäude an der scheune kann man die von ihnen auch sehen ja da hinten da ist sie da gehen wir gleich hin ich muss einmal ein bisschen sand und hier ein paar steine holen für den weg in die scheune mal gucken was ich hier noch oben im lager alles liegen liegen hab mal abwarten hier sind auf jeden fall stein ich gucke erstmal meine kiste die unsortiert ist hier da habe ich gesehen wir haben da noch blätter das ist auch sehr sehr gut noch brauche ich hier ist holz restelrampe kacke hier mhm 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 das ist aber nur erde äh ja hier sieht schlecht aus du dann nehmen wir hier mal 18 steine raus was ist dass denn hier Tuff ach Tuff haben wir auch noch genug Kies können wir auch ein bisschen mitverwenden und Sand hätte ich gerne hab ich noch sand ja aber auch noch genug perfekt 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 immer mal ganz geschickt mal schneider runter gehen meine ender steht auch noch schon wieder nacht wach hallelujah ups haben wir irgendwelche da haben wir fantome sind oben na guck mal nicht ist blöd ja 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 warum wie sporn da wird wieder hell oder was gucken erwarten so leute guckt euch das mann ist noch nicht fertig fehlt noch deko hier kommt noch so ein reichsam und kleine behausung hin dass hier unten paar ist ja mal meine pferde drin stehen können weil ich hier ja alles durcheinander habe ihr kriegt das mit und ich würde alles ein bisschen geordnete haben davon haben wir auch schon so eine scheune muss doch alles ein bisschen geordneter sein und wir werden jetzt hier mal die erde müssen wegnehmen und ein weg rein bauen das ein bisschen was verteilt ist und nicht nur der lasen hier die soll ja auch ein bisschen schön aussehen und nicht nur scheiße ne so dann machen wir hier kies glaube ich auch kies passt kies hier auch nochmal kies hin hier können wir kies und pflanzen hier hier und hier dann machen wir hier auch nochmal hier kann man auch ein hier so dann machen wir hier auch noch ein paar steine hier hin das sind bischen noch man so das sieht doch schon mal ja für noch ein bisschen deko hier drin aber es geht voran ja auch von der seite auch von oben das hat was also sieht echt gut aus könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben auch mit den steinen und den mauern den ganzen blödsinn hier halleluja da können wir den ganzen blödsinn jetzt erstmal hier reinpacken weil vor die folge noch ändert endet will ich gerne noch hier haben wir die felder dann machen wir hier ein loch rein ich weiß gar nicht alle drei blöcke glaube ich wenn ihr wasser benutzen hier dann haben wir hier drei dann können wir hier hier 1 3 machen mit wasser hier pflanzen wir auch die kisten müssten kommen nämlich da rein hier auch dann müssten wir eigentlich die seite komplett mit wasser voll haben das feld geht ungefähr bis hier hier unten machen wir auch nochmal eins rein da haben wir ja schon wasser aber hier kann nochmal wasser hin hier kann auch wasser hin dann machen wir dann machen wir hier auch noch einzeln und wenn man das auch reicht hier hier auch noch wollen ja genug wasser flecken haben er das soll genug wasser kriegen aber das reicht rundherum fällt hier kommt deko überall hin denn ist das nämlich auch dicht hier hier brauchen wir kein feld aber hier müssen wir wieder felder machen da hatte ich mir jetzt gedacht hier 1 da kommt wieder der ganze scheiß zum vorschein hier hier und hier unten das wird auch reichen ne das sind drei stück ja oder gucken wir später leute ne wir machen das jetzt ist egal ob wir 1 2 wasserlöcher mehr haben stört ja nicht wir machen erstmal hier oben verteilen jetzt einfach erstmal ein paar löcher hier und dann gucken wir mal wie ist nachher wirklich ja geht vom feld also ja alles wasser kriegt und das soll alles wachsen und auch bleiben hier werde ich mir mich nix holen das ist einfach nur zu Deko das Feld Alter habt ihr den leckt das wieder ist Minecraft PS4 alter rotzhoch 10 ey kann so ein schönes Game sein und nein es muss ja wiederum lecken oh guck mal hier perfekt hier in der Ecke da machen wir hier brauchen wir nicht aber hier eins in der Ecke können wir wir haben hier von hier in auch noch wasser da das sollte reichen gehen wir andere Seite mal gucken hier machen wir jetzt einfach mal weiter auseinander mal gucken was passiert hier hier können wir einzeln pflanzen hier auch dann machen wir hier wieder eins hier hier die sieht man so oder so nachher nicht so gut mehr ne das ist ja das geile wenn alles bepflanzt ist zack und zack sollte reichen hier am Rand haben wir ja auch Wasser komplett gucken wir mal wie wir das hier anstellen hier haben wir ja ich würde hier Wasser rein machen vereinzelt nochmal da haben wir von da oben noch aber hier können wir auch die mühe machen alles unterirdisch jetzt machen aber nein machen wir uns nicht so da machen wir jetzt überall wasser rein und denn glaube ich bepflanzen wir das Feld weil ich das erstmal sehen will was ich da noch für Deko hin machen muss wenn das Feld da ist weil nachher mache ich da zu viel Deko hin wenn sie das hier blöd ja doof aus hier unten ist klar hier machen wir noch gar nichts aber das als nächstes ja Leute ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge oder Livestream hatte Laun bis denne